ladies and gentlemen herzlich willkommen bei und wir sind kurz davor unseren weltraum lift bauen zu können ich bin ich richtig noch bauen wir unser riesen bei den klatschen wir jetzt erst einmal ist sehr schön man kann jetzt einrasten und gucken noch ein bisschen das sollte ja scheiß deutsche taste gedrückt aber nicht weiter vorgebaut das ding fehlt mir immer wieder ja und die hydraulik die muss schon ganz schön was leistene ok intelligente beschichtung auch freue ich mich schon drauf also eine intelligente beschichtung hier brauche aber das da ich irgendwie was wir bräuchten ja schnecken wir bräuchten ja schnecken das muss man checken wir brauchen schnecken also wollten wir doch lieber mal langsam mal wieder auf erkundung zu gehen aber erst einmal ein bildchen machen und hier haben wir nur noch die sprungfläche ja nochmal wir könnten ja können wir können wir können wir nehmen wir noch ein bisschen bisschen hier ein bisschen da noch mit also wir nehmen eisenblatten mit 200 stück und dann nehmen wir noch das hier mit und dann laufen wir hier runter machen wir uns da ein fahrt geht der vielleicht steiler ne 4m ist schon steil genug ne 4m ist schon steil genug Oh, das ist schon da unten. Oh. 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 Ja, ich habe ihn. Haha. Okay, ausgelöscht. Dann gucken wir doch mal. Was liegt denn hier schönes rum? Nö. Mach doch nicht sowas. Die Maschine. Nö. Oh. Ja, was denn? Wie viele kommen dann noch? Oh. Okay, auch nicht schlecht. Kann ich zum Beispiel gar nicht. Was braucht man? Den MW und einen Rotor. Okay. Ding hier keine Teile rum oder was? Okay, 10 MW. Haben wir... Wir hätten ja nicht mal Strom dabei. Okay, früher gab es solche Pflanzen, die sind immer kaputt gegangen, wenn du sie ausgelöst hast. Und da sind immer 3 solche Viehe rausgekommen. Aber dass die jetzt permanent kommen, auch nicht schlecht. So, was brauchen wir jetzt dafür? Okay. Glaub mir mal. Du hast ja schließlich nichts dagegen. Aha. So. Man kann nicht, kann ich auch... Nee, kann ich nicht. Einen Rotor. So. Und jetzt brauchen wir... Rad. 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 Ja, wir haben einen Architialstoff. Den darf man nicht vergessen. Pausel macht keinen Scheiß, ey. ich habe jetzt gedacht das ding haut mich jetzt zur seite und ich fall da runter habe ich schon gesehen noch mehr solche kugeldinger haben deshalb komplett geändert die schweine masse generator stelle mal dahin eine verbindung ein problem ok ok erkunden wir doch mal die welt hier unten warum sind da so viele pflanzen ja 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 es ist natürlich auch faszinierend ja 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 Die sind gestorben. Das schaut schon geil aus. Bist du da hin? Was bewachst du, kleiner Scheiße? Aha, schatke. Hä? Da ist doch nix. Okay. Das schaut ja heftig aus. Wo ist das, ne Schnecke? Da hinten könnte ne Schnecke sein. Oh, da ist ne Schnecke. Oh, da ist noch ne Schnecke. Okay. Aha. Glaubst du da weg? Kom, 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 kom. Schne, 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 schne. Die Stall begangen. Und unbemerkt abgehauen. Es gab keine Grünschnecken. Es gab blau, gelb und lila. Oh, nö. Nö, 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 nö. Ich bin jetzt schweben. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö. Oh, da ist der Dicke. Uh, schnell weg. Mal schweben. Mehr an denen vorbeikommen können. Ich bin nicht da. Nö, geht doch. Einfach sagen, ich bin nicht da, dann klappt das schon. Haben wir noch ne Schnecke. Okay. Was sehe ich denn da schönes? Was sehe ich denn da schönes? Gibt es hier auch was zum Einsammeln vielleicht? Dankeschön. Das ist aber nett. Ich muss nicht mal was machen. Das ist ja allerliebst. Hallo, mein gelbes Schnecklein. Mal zu Papa. Das ist auch noch mal ne gelbe Schnecke. Frage ist. Komm ich da hin? Ich bin nicht da. Hi, hu 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 hu. Sei da sauer. Ich bin nicht da. Da ist noch ne Schnecke. Auch gelb. Gelb ist gut. Naja. Hey. Oh, da ist noch ne gelbe Schnecke. Okay. Noch eine Schnecke. Da, die, 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 die. Guck mal, noch mal Kraterium. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, wo sind wir? Wir sind irgendwo hier. Das ist schon wahnsinnig, wie das ausschaut. Heftig. Oh, guck mal, da oben hängt ne Schnecke. Und da ist auch noch ne Schnecke. Da ist auch ne Schnecke. Da ist auch ne Schnecke. Da ist auch ne Schnecke. Ja, wahnsinnig, wie viele Schnecken hier rumliegen. Was hat man denn jetzt? Wie viele blauen? 5 gelbe. Da ist auch noch ne Schnecke. Da ist auch noch ne Schnecke. alter ich meine du mich die falsche taste meine kleine schnecke danke schön meine kleine schnecke durchlaufen mal auf dem großen pilz da ist eine schnecke hier 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 Dankeschön, meine kleine Schnecke. Ach, da drüben ist auch noch eine Schnecke. Ich glaube, ich sollte das andere Zeug mal abbauen. Da ist das Stromnetz durch. Mist. Ja. 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 Strom ist durch. Heiß daheim läuft nichts mehr. Oh. Ich muss gehen. Ich weiß nicht. Ja, schießt du nur. Und da ist noch eine Schnecke. Da ist auch noch eine Schnecke. Warum ist eine lila Schnecke? Ja. 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 Hey. oi ich bin tot ich bin doch nicht na ja trotzdem jetzt nicht aber hallo schnecke ich habe jetzt gedacht ich bin jetzt tot das ist eine haben wir schon mal erfolgreich gekillt mal kurz gucken zeit intensreich es natürlich zum grubli super das hat ja mal grandios gar nicht geklappt irgendwo hier unten dran ein dreckiges ich das denn Hecki, äh, so. So. Ah, gewusst wie Lila Schnecke So Okay Ich glaube wir sollten jetzt wirklich mal nach Hause gehen Daheim ist der Strom aus Du siehst mich nicht, guck mich nicht so an Nein, 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 nein schnecke und gibt es so viele schnecken zu meiner zeit gab es nicht so viele stecken ist das normal oder habe ich hier irgendwas verpasst ist ja der wahnsinn 8 blaue 6 gelbe eine lila da hinten ist auch wieder eine um ist eine das ist ja voll brutal verstecken es gibt nur das war unser kleiner ausflug der erfolgreich festplatten haben wir dann bei festplatten haben wir sogar jetzt echt noch mal ein generator bauen oder was ist jetzt hier los ach ich komme da wieder nicht durch erstmal überprüfen was was ist hier irgendwas hat kein strom mehr da ist ein generator ausgefallen wir müssen mal wieder hier auch der bloß der gewesen sein ja so richtig so meine freunde ach so stimmt ja die anderen die anderen kann ich ja noch gar nicht verarbeiten elektro schnecke da brauchen wir 100 kabel 25 und den eins was brauchen wir Si Wie schraubi 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 so kann man herstellen also gut meine lieben dann hätte ich gesagt sehen wir uns in der nächsten folge ich bedanke mich dass wir da war dass ihr zugeschaut hat dass ihr geliked habt dass den kommentar gelassen habt und dass ihr natürlich auch noch abonniert habt bedanke ich mich natürlich dafür in diesem sinne bis zum nächsten mal und haut rein ciao auch